Seid still! So, da ihr nun Teil unserer Mannschaft seid, ist es höchste Eiszeit uns vorzustellen. Er hier heißt Olaf. Das hier ist Olaf. Und das ist Olaf. Er hier ist Olaf. 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 Und ähm... Ähm... Olaf. Olaf. Na gut, dann lasst mich raten. Ihr Name lautet dann bestimmt... Ja, das ist richtig. Günther.